Meine sehr geehrten Damen und Herren, zwei gute Nachrichten vorweg. Erstens, die Lebensqualität krebskranker Menschen in Deutschland hat sich deutlich verbessert. Und zweitens, ihre Chancen sind gestiegen, den Krebs zu überleben. Dahinter stecken große medizinische Fortschritte in den vergangenen Jahren. Und diese verdanken wir einer engagierten Gesundheitsforschung. Mit hohem Einsatz sind dabei auch die Gesellschaften für Hämatologie und medizinische Onkologie aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie vernetzen alle Beteiligten und sorgen für einen guten Wissensaustausch. So lautet auch das Motto dieser DGHU-Jahrestagung sehr folgerichtig, wir müssen wieder reden. Uns allen ist klar, der Kampf gegen den Krebs gelingt uns nur gemeinsam. Deshalb haben wir mit dem Bundesgesundheitsministerium und weiteren starken Partnern vor zwei Jahren die nationale Dekade gegen Krebs ausgerufen. Die DGHU ist einer dieser starken Partner. Und gute Netzwerke und verlässliche Forschungsförderung zahlen sich aus. Das hat uns die Corona-Pandemie gezeigt. Denn seit vielen Jahren schon unterstützt unser Ministerium die Entwicklung der mRNA-Technologie und die Firma Biontech. Die personalisierte Krebstherapie war das ursprüngliche Ziel dieser Forschung. Und jetzt konnten die Beteiligten diese wertvolle Basis nutzen für den dringend benötigten Impfstoff gegen das Virus. Und dieser Impfstoff war dann auch im Rekordtempo verfügbar. So rasch wird es leider nicht immer gehen. Aber Ergebnisse der Forschung sollen so schnell wie möglich bei den Betroffenen ankommen. Das muss unser Anspruch sein. Und dafür benötigen wir Medizinerinnen und Mediziner, die sowohl forschen als auch Patienten versorgen. Mit unserer Förderinitiative Advanced Clinical Scientists machen wir genau das möglich. Fachärztinnen und Fachärzte erhalten die Chance, in einem exzellenten Umfeld an einer der acht geförderten Universitätskliniken zu forschen. So bringen wir Forschung und Versorgung noch näher zusammen. Und meine Damen und Herren, bei Ihrer Arbeit geht es um sehr, sehr viel. Um Lebenszeit, um Lebensqualität unzähliger Krebspatientinnen und Patienten. Und deshalb wünsche ich Ihnen von Herzen viel Erfolg, eine gute Tagung, einen lebendigen Austausch und natürlich ganz viele Impulse auch für die Praxis.